Markus Fugmann hat es so schön gesagt, eigentlich ist heute der schlechteste, zumindest mal aus statistischer Sicht, Tag für den S&P. Dagegen sieht es ja aktuell ganz gut aus. Der Kurs zuckt zumindest mal eher nach oben, wie ihr seht. Also von den nächsten Tiefmarken, obwohl der heutige Tag noch gegenüber Freitag negativ ist, sieht es ja noch einigermaßen akzeptabel aus, denn er hat sich ein bisschen gefangen. Aber ist das Bild wirklich ein gutes? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt bin ich da noch nicht so richtig glücklich mit dem, was wir da sehen. Trotzdem eine technische Reaktion, also eine Reaktion erstmal nach oben, wäre ja sowieso erstmal gar nicht so unrealistisch. Deshalb wäre ich mit einem steigenden Marktumfeld erstmal nicht unglücklich. Also wenn wir Richtung 4000 nochmal kämen oder von mir aus 3960, 70, irgendwie sowas in der Richtung, wundern würde mich, dass nach dieser deutlichen Abwärtsbewegung, die wir zuletzt hatten, alleine als eine technische Gegenreaktion erstmal gar nicht. Ob die natürlich jetzt kommt, das steht in den Sternen. Wir haben so viele relevante Termine aktuell ja noch anstehen. Wir wissen, die Notenbanken haben einen großen Reigen noch vor sich. Also insofern die FED als einer der nächsten auf jeden Fall wichtiger Hinweisgeber, wie die Märkte sich bewegen. Für mich als Marktteilnehmer allerdings ist sowas immer ganz interessant zu schauen. Wo haben wir eine starke Bewegung? Ich mache das mal bewusst auf einem kleinen Chart, weil ich möchte euch zeigen, dass es im klitzeklein auch immer wieder zu sehen ist. Wenn ihr eine Bewegung habt, wie diese, die relativ stark nach oben geht und ihr seht dann etwas, was dreiwellig nach unten geht. Jetzt gucken wir mal dreiwellig irgendwie so A, B, C, in die Mitte des Anstiegs zurück. Also wo man sagen kann, also das war zum Beispiel ein Anstieg, das ist so ungefähr in die Mitte wieder hier rein. Insgesamt sieht das Ganze ganz schön dreiwellig aus, wenn man sich das anguckt. Dann ist die beste Erwartungshaltung eigentlich eher davon auszugehen, dass das, was wir hier vorne als erste Welle hatten, hier als Korrektur, dass sich das hinten eben nochmal wiederholt. Das ist jetzt etwas, was wir im Minutenschart haben und das könnt ihr natürlich auch auf größerer Zeitebene gucken. Ich muss euch gleich vorwarnen, das ist natürlich nicht immer so, aber es ist regelmäßig so und deshalb ist das eine ganz gute Chance, sich daran zu orientieren. Vielleicht im Stundenschart, wie könnte das da aussehen, falls wir in den nächsten Stunden sowieso eine Aufwärtsbewegung bekommen und danach der Kurs mal so halbwegs in diese Mitte wieder reinläuft, ziemlich mittig denken, ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, sehr vereinfacht gesprochen, dann wäre das ein wunderbares Zeichen, um anschließend die Long-Seite eben dann nochmal mitzunehmen. Weil ich häufig nach den Stops gefragt werde, ganz extrem wäre dieses hier als Startwert bzw. die 78er Marke da drauf. Das wären sehr einfache Stops, manch einer geht hier auch eine Stufe enger und sagt sich, wieso, jetzt haben wir doch hier ein Tief, wir sind da oben reingekommen, dann kann ich doch unter das Tief den Stop setzen. Das hat alles so ein paar Vor- und Nachteile. Die engeren Stops haben regelmäßig viel bessere Chance-Risiko-Verhältnisse, aber die Trefferquote ist nicht ganz so hoch. Die anderen haben eben den Vorteil der Trefferquote, wenn der Stop weiter weg ist. Allerdings ist dann das Chance-Risiko-Verhältnis etwas schlechter. Ein Tod wird man sterben müssen, in beiden Fällen sollte es aber tendenziell durchaus vorteilhaft für das eigene Handelskonto sein. Also ihr seht, die Erwartungshaltung ist durchaus nicht ganz schlecht für nach oben. Auch wenn ich diese Bewegung jetzt aktuell sehe, würde ich mal sagen, vielleicht nicht die schlechteste Voraussetzung hier nach oben. Schauen wir mal, wie es beim Nasdaq aussieht. Auch hier täte es dem Markt ganz gut, wenn er wieder mal ein bisschen nach oben käme. Aktuell tut er das. Allerdings passt auf, je mehr Überlappungen, Kursüberschneidungen ihr habt, desto besser. Nein, desto schlechter ist das. Also auch hier das, dann haben wir hier diese Bewegung, dann haben wir das hier. Ich kann mir schon sagen, das ist schon wieder eine Überschneidung. Jetzt kommen wir hier wieder runter. Idealerweise bleibt er dann wenigstens oberhalb dieser Marke. Das ist jetzt für die Intraday Trader relevant. 11.868 beim Future Handeln. Nasdaq 100 Future. Ich weiß, dass viele Kontrakte ein bisschen abweichende Kurse haben. Aber trotz alledem, diese Überschneidung in diesen Stellen, die solltet ihr euch da mal vergegenwärtigen. Wenn die da stattfinden, dann ist das relativ typisch. Ich mache das Bild nochmal einmal groß. Das wünschen sich viele immer für die Mobilgerätschauer ist das natürlich einfacher. Also mal so eine Überschneidung finde ich schon nicht so toll. Aber das kann natürlich unter Umständen sein. Aber wenn der dann jetzt auch noch hier drunter kommt, ist das bullische Bild nicht wirklich das, was mich fasziniert. Umgekehrt wäre das allerdings dann genau wieder eine Idee für die Short-Seite. Mit der gleichen Überlegung, dass das nach dieser Pause, nach dieser Korrektur in die Mitte des Raums hier, das, was danach folgt, uns dann eben nochmal so nach unten führt. Ihr seht, so richtig glücklich. Also ich muss sagen, in dem 4-Stunden-Chart, Stunden-Chart, ich sehe zwar eine Chance, dass der Kurs mal so eine Gegenbewegung macht, so eine technische Reaktion. Aber zwingen finde ich die nicht. Wenn ihr jetzt sagt, ja, aber ich muss mich doch konkret festlegen, ja, dann legt euch besser fest auf, ich gucke mir das mal in Ruhe an und nicht für, oh, ich mache da mal einfach eine Bewegungsrichtung. Im Kleinen, wie gesagt, kann sich das eventuell ergeben. Wenn ihr solche Szenarien habt, wie ich es hier eben eingezeichnet hatte, bestehen die Chancen. Aber es ist tatsächlich keine ganz schlechte Überlegung, ein bisschen die Bälle flach zu halten und ein bisschen Ruhe zu bewahren. Vielleicht nicht da immer unbedingt sofort mit reinzugehen. Wenn ihr das Verlaufsmuster nicht erkennt, dann erst recht nicht. So, was macht der DAX? Auch der ist auf dem Weg nach oben. Auch hier gilt grundsätzlich. Also wer jetzt sagt, das geht nur in Amerika, wenn ihr eine Schubbewegung habt, etwas Wackeliges oder Dreiwilliges nach oben, Trigger hier, die Fortsetzung. Das Grundprinzip gilt auch hier. Also das ist nichts Außergewöhnliches jetzt hier. Solange ihr wackelige Korrekturen habt, irgendwie sowas in der Richtung nach unten, ist sicherlich die Aufwärtsrichtung die bessere. Bleibt einfach in der Long-Position, wenn ihr sie hier drin habt. Nur wenn der Markt anfängt, steil nach unten zu gehen, geben wir mal ein Bild größer, hier wie im Tagesschart, steil nach unten zu gehen. Wehe, der kommt wackelig hoch. Da bin ich mir sehr sicher, dann geht da nach unten noch deutlich mehr. Also das wird das Entscheidende sein. Die Bewegungen werden natürlich induziert werden über die Nachrichten, die wir bekommen werden. Auch in dieser Woche ist das so. Aber die Reaktion der Marktteilnehmer, die ermöglicht uns da gegebenenfalls daran ablesen zu können, wenn der Kurs messt vom höchsten Punkt zum tiefsten Punkt nach einer relativ starken Bewegung in die Mitte in irgendeiner Form reinkommt und das Ganze dreiwellig oder wackelig, dann wäre das eine Fortsetzung. Ihr seht, also ich sehe eine Chance, dass dieser Anstieg ist, aber bitte nicht überbewerten. Nur will ich jetzt zweimal das nach oben. Warum zeichne ich jetzt immer nur nach oben Beispiele hier? Naja, am tiefsten Punkt, der kann natürlich jetzt noch tiefer fallen. Immer noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Aber damit kann ich nichts anfangen als Marktteilnehmer. Wenn er jetzt aber hier wackelig hochkommt, ab jetzt oder wenn nicht ab jetzt, dann ab dann oder ab dann oder ab dann. Wann immer das passieren wird, habe ich wieder den Orientierungspunkt. Ab dann weiß ich wieder, okay, Brüche dieser Marke oder vielleicht auch im kleineren Bild eben dieser Marken wäre dann das Relevante. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen hilft. A, die Bälle ein wenig flach zu halten im etwas größeren Bild. Ich bin kein so ein Riesenfreund. Einige sagen, naja, ist doch klar, dass der Kurs dreht. Wir haben hier eine Unterstützung. Da dreht der Kurs doch. Ja, das klappt ganz sicher. Das sind immer so Sachen, wo ich sagen muss, das klappt immer wieder mal. Aber auch eine mehrfache Unterstützung, wo man sagt, ja, es müssen ja zwei sein, ist kein klares Zeichen. Da dreht der Kurs und es muss jetzt massiv nach oben gehen. Die Chance allerdings tatsächlich für vorläufig erst noch mal so ein bisschen Anstieg, die ist gegeben. Nutzt das Ganze dann allerdings erst, wenn ihr die Bestätigung auf den kleineren Zeitebenen, kann auch 15 Minuten Schad sein, aber wenn ihr auf diesen kleineren Ebenen diesen Bewegungsapparat seht, dann lässt sich das einigermaßen abbilden. So, also in diesem Sinne, der Hoffnungsschimmer ist noch da. Die Erwartungshaltung allerdings eher nach der Steilheit der Abwärtsbewegung, dass es wohl eher nur korrektiv hoch geht. Beim DAX kann man sich mal merken, ungefähr 12.950. Beim Future ist es jetzt, können wir kurz auf den DAX-Index gehen, weil für viele das einfacher ist, wie die Marken da sind. Ihr messt einfach für dieses Teilstück hier, das ist eine scharfe Abwärtsbewegung. Eine klassische Korrektur wäre 12.950, von mir ist es auch 13.230 und falls auch noch 50, irgendwie sowas. Je wackeliger er da reinkommt, desto sicherer bin ich mir, dass der Kurs erst noch mal in der Korrektur weiter nach unten geht, nach dieser Korrektur weiter nach unten geht. Denn die letzte Bewegung war immerhin erst mal diese hier. Ist das die erste gewesen? Vielleicht ist das noch ein kleiner Nachsatz. Der Kurs kam doch von hier. Oder kam er nicht sogar von da oben? Wir gucken immer, der Einfachheit halber, messt mal hier quasi vom tiefsten Punkt rüber. Und wenn es auch nur ein bisschen ist, der Kurs war hier etwas tiefer, das heißt, der Kurs kam von unten. Das heißt, das ist ein vorläufiges, echtes Zwischenhoch, Schub runter Korrektur. Auf jeden Fall realistisch, dass sich die Bewegung noch mal durchsetzt, hier nach unten. Das sind jetzt Kleinigkeiten. Ob das immer so ist, ist er hingestellt. Aber es ist so eine Daumenregel, wie man so schön sagt, wo man sagt, da kann ich mich gegebenenfalls wenigstens daran orientieren, wenn der Kurs seine Korrekturen entsprechend spielt. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Toi, toi, toi für eure eigenen Handelsentscheidungen. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.